Tja, sind wir mal gespannt. Wer wird's? Herr Taubert sagt's uns gleich. Und der Gewinner ist The Kelly Family! Wir sagen zu dem Nonplusultra des Abends die letzte Nominierung und die machen wir auch nicht alleine, sondern lesen kann. Und der Durchstarter des Jahres 1995 wird sein die Kelly Die Kelly Family! Wish I had your bare wings Had them last night in my dreams I was chasing butterflies Till the sunrise broke my eyes Sometimes I wish I were an angel Sometimes I wish I were here Sometimes I wish I were an angel Sometimes I wish I were here I wish I were here Oh, I wish I were here I wish I was here I wish I were here My life Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Sometimes, I wish I were an angel Sometimes, I wish I were an angel Sometimes, I wish I were an angel Der Award für den Durchstarter des Jahres Angelo Das absolute Highlight Angelo Jetzt bekommt nämlich jeder eine Jeder Einzelne kriegt einen Ich auch mal einen Und noch einen für Barbie Nicht vergessen Und herzlichen Glückwunsch Joey Herzlichen Glückwunsch Und Jimmy So, ich hoffe, wir haben keinen vergessen Nee, sieht gut aus Ihr habt alle ein Und unsere Durchstarter des Jahres Applaus für die Kelly Family Ich hoffe, ihr habt alle ein Ich hoffe, ihr habt alle ein